Was wäre Yu-Gi-Oh! ohne professionelles Gier? Eine Karte suchen. Kartenabnutzung. Hüllenabnutzung. Die Play mit einpacken. Das Deck auspacken. So, jetzt ist es an der Zeit euer Gear aufzustocken. Ein großer Dank geht an Ultimate Guard, die mir die Sachen zur Verfügung gestellt haben. Der Link zu ihrer Seite findet ihr in der Infobox. Zu verlosen gibt es einmal die Ultimate Guard Playmat. Passend zur Playmat gibt es einmal das Mad Case zu gewinnen. Des Weiteren zweimal eine Ultimate Guard Tasche und ein paar Kühlen dazu. Und zum Schluss zwei verschiedene Deckboxen. Wie jedoch könnt ihr gewinnen. Ihr schreibt einen Kommentar mit folgenden drei Sachen drin. Erstens, was ihr mit Ultimate Guard verbindet. Zweitens, was euer bester, schönster, komischster Moment mit Schattenspieler war. Und drittens, natürlich was ihr haben wollt. Ihr könnt natürlich nur eine Sache haben. Ich werde wie immer bei meinen Gewinnspielen, die Gewinner in sieben Tagen auf meiner Facebook-Seite veröffentlichen und hier auf YouTube auf den Kommentar antworten. Also viel Glück und schaut bei Ultimaker vorbei.